Hahahaha 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 Scheiice Boah das tat gut ey, das tat richtig gut Gute Laune ist da Sehr ehrlich ne Piece in den Chat einmal rein 1 1 plus 1 plus 1 1 1 Hahahaha 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 Digga, wo ist Marvin eigentlich Digga, will der mich eigentlich nerven jetzt oder was Der war vorhin da, ich hab ihn einmal Atmen hören Atmen hören Digga, jeder hat ein anderes Atmen Ich könnt bei jedem raus sein, wenn er da ist Alle immer so, hey Brian Ich so, Brian ist nicht da, alle so, oh Ich hör das immer, wenn jemand geht oder da ist man Was los mit euch? Jeder Atmen anders, jeder macht andere Geräusche Hahahaha Hahahaha Statt es noch nicht rein, wenn du das mit dem Werkzeugkasten warst du nicht der T-Bag einfach Hahahaha 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 Ist der Hinterwälder. Bier. Ist doch okay, jetzt hat Marvin gesagt. Digga Marvin. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Er ist einfach tot. Gehören will nicht mehr. Alter krass, ist ja okay. Ich hab noch nie im Leben so geweint. Alex der ist so schlecht, das ist krass. Gehören gegen Marvin. Ja, jo. Carlo war ja gerade eben hier, ne? Ja, ich weiß. Wer ist gerade eben gegangen? Wir haben noch darüber geredet. Carlo meint, du denk mal, Erwin kommt gleich schon so. Der fackt dich da bestimmt wieder ab. Carlo geht runter. Ruft er mich an. Ey, kann ganz kurz Erwin hochkommen. Erwin kommt so hoch. Sagst du, ey Bruder willst du so einen qualmen? Ich so, ja okay. Der hat so, ich hab so ein Armer rausgeholt. Der hat so einfach so richtig krankes Kies gehabt, ne? Digga. Ich spüre, ich hab noch nie in meinem Leben so einen, ich bin so übertrieben bekifft, ne? Ich weiß wirklich nicht was wir haben. Ja, ganz leicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich wollte eigentlich nur trinken. Okay. Boah. Warte mal kurz, ich muss trinken jetzt. Warte, ganz kurz. Johnny ist noch immer hinter dir. Ja. Hör doch mal auf. Du hörst doch nicht auf, Alter. Du hörst doch nicht auf, Alter. Rein da. Geht's dir gut? Kurz, kurz gestorben. Robin, wie geht's dir? Ich zieh einfach ne Karte in der Kiste, Digga. Ich zieh einfach ne Karte in der Kiste, Digga. Mann. Ey, ich will nicht mal lachen. Ey, ich weiß wo das Feuerzeug ist. Scheiße, Mann. Also kein Lachen mehr. Doch, ich hab's Feuerzeug gefunden, Mann. Ich hab immer noch den Peace Jump hier, Marvin. Willst du da ein bisschen qualmen? Dampfen. Wir müssen morgen Schule, ja? Musst du morgen Schule machen? Was frühens? Muske fahren. Morgen früh im Bett. Ey, lass mal morgen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Was? Morgen. Du, komm mal, wir fallen ja dahin. Und wir sind ja um 37 da oder so, ne? Lass mal grad kurz irgendwo einen Qualmen. Einen Qualmen, sagst du? Vom Unterricht. Damit ich mich grandios konzentrieren kann, sagst du? Ja, du qualmst doch immer in der Pause, Junge. Was laberst du da für ne Scheiße? Ja, was für, Alter. Ich bin jede Pause am Raucher-Quadrat, Alter. Raucher-Quadrat. Ja, bis am Qualmen. Raucher-Dreieck. Ja, ich bin am Qualmen, Alter. Raucher-Dreieck. Raucher-Dreieck. Raucher-Kreis. 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 Ja, die Runde ist schon wieder so lustig, Alex. Wenn du gesehen hättest, wie ich den die ganze Zeit geloopt habe, ne? Hätte, hätte, haben, tun. Du hättest so gelacht. So wie ich? Nee. Boah. Mein Kopf spielt grad richtig Karussell, Digga. Ich schwör, ich geh grad auf. Und... oh Alex zum Ausgang ja ich weiß nicht wo der Ausgang ist lag nur nach der Runde ein, ja danke nice ähm dort bei der Scheune mein Auge tränt, mein Auge juckt mein Popo tut weh ah da ist der Ausgang ja ja kein Geld mehr ja 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 ja